Flashback Mörderische Ferien ist eine deutsche Produktion aus dem Jahre 2000, hat eine Lauflänge im Director's Cut von ca. 99 Minuten und eine Freigabe ab 18 Jahren. Regie führte Michael Kahrin und neben Valerie Niehaus und Xaver Hutter spielen auch Alexandra Neldell, Rea Harder und Simone Hanselmann mit, die schon zusammen in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu sehen waren. In Flashback Mörderische Ferien macht die 22-jährige Jeannette nach 10 Jahren Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt endlich die ersten Schritte in ein eigenes Leben. In einem schönen Haus in den Bergen soll sie privaten Nachhilfeunterricht für die Kinder eines reichen Geschäftsmannes geben. Alles scheint beschaulich und ruhig, doch im Ort geschehen seltsame Dinge. Jeannettes Vergangenheit beginnt sie einzuholen, denn der Sichelmörder, der schon für den Tod ihrer Eltern verantwortlich war, ist zurück und macht Jagd auf sie. Ihre schlimmsten Albträume scheinen wahr zu werden. Witzige Randnotiz zum Film, alle Autos haben Nummernschilder, die mit TMG beginnen und das steht für Tele München Gruppe und ist der Eigentümer der Filmproduktionsfirma. Der Film lehnt sich stark an Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Scream an. Es gibt dabei sogar eine Scream-Referenz-Szene im Kino, die gleichzeitig auch witzig ist, denn dort wird das Relikt angeguckt, ebenfalls vertrieben von TMG. Jedoch sind im Kinosaal eindeutig Jungs im Alter von ca. 13 Jahren zu sehen, die den Film aber gar nicht angucken dürften, denn das Relikt hat eine Altersfreigabe ab 16 Jahren. Flashback Mörderische Ferien wurde damals auf Super 35mm mit einem Open Gate gedreht, Das bedeutet, man sieht auf dem Negativ oben und unten Dinge, die man im finalen Film nicht sehen wird, weil Balken bzw. eine Maske drüber kommen. Das Framing und die Kinoauswertung liefen dann in einem Seitenverhältnis von 2,35 zu 1, auch bekannt als Cinemascope. In der früheren DVD-Fassung zum Beispiel sieht man unten rechts die Kameraschienen im Bild, die natürlich in der Scope-Version im Kino nie zu sehen waren. Infinity Pictures veröffentlicht nun Flashback Mörderische Ferien erstmals im Original-Cinemascope-Format und optimierte Bildqualität zum 26. August 2022 in drei verschiedenen Mediabook-Editionen mit Spotluck-Veredelung und einem 24-seitigen Booklet inklusive einem brandneuen exklusiven Interview mit Regisseur Michael Kare. Hier haben wir dann Cover-Variante A vor uns liegen. Wie man sehen kann, ein richtig schönes Cover-Botiv mal wieder von Ralf Krause. Die einzelnen Elemente schön aufgeteilt. Nicht zu überladen. Das gefällt mir auch sehr gut. Und wie man sehen kann, ist eben hier der Titelschriftzug und auch die Sichel hier unten mit einem Spotluck versehen. Das hebt sich schön vom matten Hintergrund ab. Wunderbar. Und hier die einzelnen Gesichter und Elemente perfekt getroffen und auch super scharf abgebildet. Und auch hier mit dem Killer, dass man das Gesicht nicht sieht, finde ich auch gut gelöst. Also tolles Artwork mal wieder. Gefällt mir gut. Dann haben wir den Spine. Kleines Bildchen oben drauf. Titelschriftzug und Infinity Pictures Logo. Und dann haben wir eben hier die Rückseite mit einer Inhaltsangabe sowie den weiteren technischen Daten. Kann ich natürlich auch gerne nochmal hier mit reinheben. Näher ins Bild halten. Und dann könnt ihr euch hier auch nochmal die Extras kurz durchlesen. So viel einmal dazu. Dann schlagen wir das Ganze auf. Haben hier dann noch etwas Besonderes. Nämlich eine Widmung vom Regisseur. Hier hat Infinity Pictures dafür gesorgt, dass ein paar Rezensionsmuster an den Regisseur auch gehen. Und das Ganze noch so eine kleine persönliche Note erhält. Als Dankeschön eben für die gute Zusammenarbeit. Finde ich auch richtig klasse. Eben von Infinity Pictures. Aber auch vom Regisseur. Herzlichen Dank dafür natürlich. Und dann haben wir hier drüben auch wieder die Disc. Ja. Muss ich mal rausnehmen. So. Die hat dann hier das Motiv von vorne mit drauf. Natürlich etwas vereinfacht. Und dann müssen wir gucken, weil das so arg spiegelt. Hier mit einem schönen Innenprint noch versehen. Dann haben wir hier eben ein 24-seitiges Booklet. Geschrieben von Mike Blankenburg. Und der hat dann auch noch hier das exklusive Interview geführt. Und da gibt es ein paar richtig tolle, witzige Anekdoten zu erzählen. Ja. Aus dem Leben des Regisseurs, wie er eben dazu kam, auch Filme zu drehen. Und dann natürlich ein paar Hintergrundinfos noch hier exklusiv mit rausgehauen zum Film. Zur Filmproduktion. Die man sonst auch woanders nicht so findet. Also da ist ein absoluter Mehrwert natürlich. Hier sieht man, da ist jetzt nichts großartig gestaltet worden. Da geht es rein um die Informationen. Aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Zum Beispiel hier die Frage von Mike Blankenburg. Um jetzt selbst einmal Scream-Schrei zu zitieren. Michael, was ist dein Lieblings-Horrorfilm? Und dann antwortet der Regisseur das Helene Fischer Weihnachts-Specialist. Der mit Abstand größte Horror, den ich je erleben musste. Also natürlich mit einem Augenzwinkern hier. Aber man sieht es, macht richtig Spaß, sich das Ganze hier noch durchzulesen. Da kommen wir dann auch schon zum Schluss. Haben hier noch ein nettes Bildchen. Hinten noch einen schönen Innenprint auch. Und die DVD. Also, das passt auf jeden Fall. Falls ihr euch dafür interessiert, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine Freunde. Und Servus. « Ich bedanke mich fürs Zusehen«. Untertitelung des ZDF, 2020